Die Schweiz ist in allem besser als Deutschland. Ich bin Juli, ich bin Deutscher und Schweizer gleichzeitig. Was bedeutet, ich kann das beurteilen. Erstens, jeder sechster Schweizer ist Millionär. In Deutschland ist es nur jeder 26. Bin ich jetzt Millionär? Nee, aber ich mag, dass meine Chancen als Schweizer einfach besser stehen. Zweitens, unser Wappen ist ein riesengroßes Plus. Oh ne! Drittens, die Steuern. An manchen Orten in der Schweiz sind die Steuern sogar 22%. In Deutschland nehmen die denen überall die Hälfte. Viertens, die Landschaft. Die Schweiz sieht überall aus wie ein animierter Greenscreen. Wie schön kann ein Ort sein? Das ist alles echt. Fünftens, wir haben Ovo Maltine. Es ist einfach besser als Nutella und auch, weil es keine Diskussion gibt, ob man es mit oder ohne Butter isst. Sechstens, Aromat. Wenn du es nicht kennst, reingeschissen. Siebtens, Deutschland ist zu groß. Ich will von Berlin nach Köln fahren, sechs Stunden bist du mit dem Auto unterwegs. In der Schweiz kannst du drei Stunden in jede Richtung fahren, du bist überall. Die Schweiz ist einfach praktisch. Achtens, die Schweiz hat vier Nationalsprachen und jeder kann mindestens zwei davon. Deutsch, Französisch, Italienisch, Retro-Romanisch. In Deutschland können die meisten nicht mal Deutsch denken.